Hallöchen zusammen, schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks mit einem Replay von Naimis eingeschickt, Naimis, mit seinem Objekt 260, Kartes Westfield. Und dadurch, dass ich die Art von Heavy sehr gerne mag, diesen doch ein bisschen mobileren, aber mit einem vernünftigen Alpha nicht zu krass, irgendwie so ein guter Allrounder, deswegen starten wir einfach hier mit diesen. Und ja, ich habe die Nationalstimmen mal wieder aktiviert, ich finde das nämlich eigentlich ganz nett, also deswegen nicht wundern, dass ihr hier die Nationalstimme gehört habt. So, er fährt ja gleich schon ganz gewiss hier in diesen Bereich, wo ja auch von da aus immer viel ungemacht droht, also das ist schon eine spannende Stelle direkt. So, und jetzt hat er da rechte Hand, den AMX50B, aber man hat gesehen, er hat so wenig von dem nur gesehen, das ist natürlich ein unglaublich schwerer Schuss, den zu platzieren. Ja, er fährt hier im Zug ja auch mit einem IS-7 und mit einem T-62A, also er ist ja nicht alleine, wobei der T-62 ganz unten ist, also der ist jetzt für das Zugspiel nicht förderlich. Und der IS-7 bekommt ja aber mächtig gerade Auto-Ave rauf, der klappt, er weiß genau, dass der AMX50B natürlich im Reload ist, deswegen drückt er jetzt hier auch aggressiver drauf, aber erst mal muss der IS-3 weg. Artie hält auch rein, aber die erste trifft daneben, die zweite klappt dann allerdings. So, und jetzt kriegt er AMX50B aber mal ordentlich zurück. Der Löwe probiert es auch nochmal, aber der Löwe, das hat dann doch nicht sein sollen. So, zack, der hat geklappt. Gott sei Dank hat der IS-7 hier den IS-3 als Backup gehabt, weil sonst hätte er nochmal ein paar Hits bekommen. Und der IS-3 hier oben, der windet sich nach besten Möglichkeiten und jetzt wird er auch noch vom Rheinmetall seinen Zugpartner rausgenommen. Bad luck. Und Wahnsinn, was der IS-3... Und jetzt prallt er auch noch ab. Unglaublich. Aber jetzt ist er tot. Irgendwann ist dann jedes Glück mal aufgebraucht. So, da der E-100... ...mal einfach in den Helden geschossen und man sieht, es klappt. Der Durchschlag ist ja mit 260 okay, aber hier in dem Fall lustig. Der hat es dann nicht mehr so gut funktioniert. Na, jetzt kommt er vernünftig drauf und kann ihn dementsprechend da einen ordentlichen geben. So, und jetzt mit ein bisschen Schwung Richtung E-100 und drauf. Schön, kommt jetzt auf die Seite. Ah, nein, aber er hat ein bisschen zu hoch gezielt. Jetzt hat er den Löwen-Vorsicht, auf den wir da wohl eher aimen. Genau. Und jetzt ist er weg. Ah, jetzt kommt auch noch der Ruf von drüben. Objekt 430 kommt jetzt auch noch rum und jetzt zieht er sich so weit zurück, dass er tendenziell... Ja, okay, doch nicht. Ich dachte, er ist so weit zurück, dass er vom E-100 beschossen würde. Aber das passiert doch nicht. Ah, er muss echt aufpassen. Ist hart an der Grenze immer. So, der ist weg. 6 zu 9. Da oben ist jetzt auch noch der Rheinmetall. Und jetzt, Gott sei Dank, hat er vorher noch den Schaden bekommen. Dementsprechend war seiner der Killshot. Und hier hinten jetzt der Ruh. Und schön, man sieht, dass die Granate vom Objekt 260 sehr schnell fliegt. Deswegen braucht man auch für diese doch sehr weite Distanz nicht lange vorhalten. So, und das dürfte jetzt auch wieder hier helfen. Ne, da hat er einfach nur verschossen. So, jetzt fährt er hier Richtung Hügel. Da, wo ja der Rheinmetall das letzte Mal gesehen worden ist. Da könnte aber meines Erachtens, würde ich jetzt sofort HE laden. 2 HE-Granaten hätte er ja noch. Also würde er sich anbieten. Und da ist er auch. Aber gut, bei dem Auto-Aim. Weg. Sehr gut. Er hatte nicht gesehen, dass er noch so wenig HP hat. Da braucht man auch kein HE. Weil am Schluss trifft man blöd die Kette und kriegt den ganzen Schaden nicht angebracht. Da ist HP schon voll in Ordnung. Der Alpha macht es schon. So, jetzt noch der AMX. Der 1390 und die zwei Artis. Die dürften so oder so nicht mehr ein großes Problem machen. Gut, von seinem Team jetzt hier, dass die Arti selber spotten fährt. Und einfach von diesem klassischen Punkt da unten weg. So, der hat gesessen. Er ist im Reload natürlich. Wichtig ist, keinen zu verschießen. Aber er braucht noch zwei Schüsse. Gott sei Dank hat der CDC keinen so hohen Alpha. Deswegen hat er jetzt lang gebraucht. Ja, und man hat wieder gesehen, er hat fast einfach auf den Korpus vom CDC aimen können und hat dann trotzdem getroffen. Also die Shell Travel Time, wie man so schön sagt, die Granatenfluggeschwindigkeit, die ist wirklich toll schnell. Eine letzte normale Granate. Wenn man nachgeht, geht es mit Premium und HE weiter. Stellen sich jetzt für vernünftig auf. Arti dürfte was aufmachen, wenn was käme. Und er. Ich würde jetzt nicht ins Tal runterfahren. Ich würde jetzt kommen lassen. Jetzt muss man natürlich Geduld auch an den Tag legen. Da ist der AMX. Oh nein, der ist auch noch. Oh nee. Vier gegen eins. Gott sei Dank könnte wenigstens einen treffen. Der CDC ist auch noch da hinten links. Also hier unten. Der nähert sich jetzt seiner Stellung langsam. Natürlich hat er den Nachteil, dass auch die Artis... Also er hat jetzt vier Kanonen sozusagen, die alle in seine Richtung aimen. Alle gleichzeitig. Mindestens zumindest mal drei. Weil sowohl der CDC als auch der 1390, die könnten natürlich immer auf dem Weg sein. Aber die zwei Artis, die sind immer eingeämmt. Und die wissen ja auch in etwa, worauf er ist. So. Auto-Aim weg. So, jetzt ist er offen. Jetzt muss er ein bisschen Gas geben. Wie gesagt, Artis immer. Und jetzt hier runter. Artis safe stellen. Auch so, dass er jetzt zugeht. Macht er ganz genau richtig. Perfekt. 1390 kann nicht wirken. Artis ebenfalls nicht. Den Krieger, den hat er schon mal sicher. Den nimmt ihn keiner mehr. Und jetzt fahrt er wieder zurück. So tendenziell in die Richtung der Artis, lustigerweise. Mal schauen, was ihm da so entgegenkommt. Bisher schaut es noch ganz schön ruhig aus. Die letzte HE-Granate für die Artis wohl vorgesehen. Und da ist auch schon die erste. Ja, schön mit HE-Granate auf die Seite gezählt. Da klappt es dann auch. Jetzt noch zwei Gegner. Schade, dass die zweite Artis nicht aufgeht. Oh, jetzt ist er offen. Das kann natürlich jetzt gut sein, weil er jetzt hier zu weit vorne war, dass er jetzt von unten, da in dem Bereich, irgendwo aufgedeckt wird. Jetzt ist er wieder nicht mehr gespottet. An seiner Stelle würde ich wohl hart den Cap pushen. Einfach mal versuchen, die Arti rauszunehmen, dann direkt in den Cap rein und damit den Gegner unter Druck setzen, dass der AMX sich mal auf ihn zubewegt, weil er kann einfach schwierig nachfahren, wobei hier die Geschwindigkeit jetzt sehr, sehr ordentlich ist, mit über 60 kmh. Bergab, da läuft das Ding. So, er sucht jetzt hier die Artis. Aber nicht gesehen. Auf der anderen Seite, den 1390, an seiner Stelle würde ich wiederum lustigerweise das Gleiche machen. Einfach mal cappen. Und dann warten, dass die Arti hilft. So, da ist schon die erste. Und er verschießt auch noch. Arti trifft sensationell gut. Da muss er den Ladeschützen wieder klar machen. So, und jetzt kommt der 1390. Er hat auch nur noch vier Granaten, das darf man auch nicht. Jetzt hat er noch drei. Er braucht auf jeden Fall noch, er braucht alle drei. Nein, oder? Eine für die Arti und hier zwei für den 1390. Unglaublich. Er hat noch drei Granaten und er braucht alle drei rein rechnerisch. Die Medaille wäre aber sowas von verdient, wenn er das schafft. So, er muss sie einen sicheren Schuss auch machen. So, erste Granate sitzt. 1390 hat ihn jetzt hinterhalb. Bleibt nicht hinterhalb, macht er 1390 ganz schön schlecht. Rallt jetzt ab. Und jetzt nimmt er den raus. 1390 ganz, ganz, ganz schlecht gemacht. Er wäre einfach hinter ihm geblieben. Nicht so weit rüber gefahren, sondern einfach immer hinter ihm. Hätte er keine Chance gehabt. Und jetzt letzte Granate gegen die Arti. Er aimt ein und er macht den Kill. Wunderbar. Wunderbar mit der letzten Granate. Überhaupt macht er es klar. Macht die neuen Kills. Also, aller Bonheur, sage ich da nur. 8.065 Schaden gemacht. 3.000 abgeprallt. Und knapper und spannender kann man es zum Ende nicht machen. Vielen Dank für die Einsendung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba. Hallo. Untertitelung des ZDF, 2020